Okay, dann ist der Ryan dran. Dann ist der Ryan dran. Hui, nein, scheiß Baum. Hat alles ruiniert. Hm, muss das sein? Scheiß Baum. Hey, du bist in der Luft. Ah, was soll die Scheiße? Die machen so wenig Schaden. Schönes Geräusch. Ah, sieht falsch aus, aber es ist auch richtig. Genau so sieht es aus, okay. Tja, nicht wundern, ich mache ja nur Zeug. So, was auf dem Park hat so passiert. Okay, ach was. Ich wollte nur mal schauen, was hier so ist. Oh, ist ja praktisch. Ich sollte öfters mal schauen, was hier so ist. Das sollte ich öfters tun. Im Fadenkreuz. Okay, James Bond oder wie? You weren't followed. Such dir eine andere Route. Okay, Tunnel. Wir brauchen Tunnel. Auf allem brauchen wir jetzt hier Auto. Wir brauchen Auto. Was zum Fick? Was zur Hölle? Okay, du bist gerade erschrocken. Warte, fuck. Ach du Scheiße. Okay, andere Route. Wir warten hier im Tunnel. Tunnel. Tunnel, 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 Tunnel. Tunnel, 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 Shit. Ich weiß nicht mehr. Das ist aber nicht hier, oder? Nein, wir müssen weg von dieser Brücke da. Ich glaube, hier unten ist kein Tunnel. Schiebe, wo war der Tunnel nochmal? Wo war der Tunnel nochmal? Tita Tunnel. Aber sind die noch da? Die waren doch nicht mehr rum. Sind die noch da? Ja, was soll die Scheiße denn? Okay, sie bewachen die Brücke. Aber sollen wir das aufhalten hier? Sollen wir das aufhalten? Ich versuch's mal. Sekunde. Ich muss doch einmal fahren hier. Ja, Shit, okay. Wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich hab sonst keinen Plan, wo der Tunnel ist. Und bis wir den finden, ist er auch schon vorbei. Ah, verdammt. Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es mal. So, wie sieht's aus? Sind die noch hier? Die haben ja rumgeballert. Die haben ja rumgeballert. Ah, Shit. Okay, das ist eine schlechte Idee. Verdammt. Jetzt müssen wir das mit Donut nochmal machen. Okay, das vergessen wir. Die hauen uns so schnell um. Da haben wir keine Chance. Okay, verdammt. Na schön. Dann nochmal Karte. Kika, Karte, wo war hier der scheiß Tunnel nochmal? Wo war der scheiß Tunnel nochmal? Moment, wir müssen hier hin. Tunnel, der war... Tunnel. Da oben. Da oben. Ah, stimmt. Da oben war der, genau. Da oben. Da müssen wir dann rein. Stimmt. Und dann so rum. Und dann so den längeren Weg. Da unten ist, äh, kein Tunnel. Ah, das ist der Tunnel hier. Okay, so funktioniert der Tunnel. Okay. Wir müssen nach Norden. Da ist der Tunnel. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich wieder. So. Gut. Ah, die Karte ist echt praktisch. Haben die diesem Spiel aber noch nicht erkannt. So, komm ran. Gut, wir machen das mit 3 und zuerst. Wir machen das zuerst. Weg da. Und sobald wir das geschafft haben, dann können wir... Äh, das mit Reihen tun. Äh, das mit Donut. Ich habe gerade den Namen verwechselt. So. Okay, wir müssen ihn fortbringen. Nein, CIA ist echt scheiße. So. Tja. Alle Spiele erkennen das. Auch schon von Zeit 2001. Ey, wo ist mein Auto? Willst du verarschen? Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, okay, wir müssen nach Norden. Komm ran. Komm schon. Wo ist der Penner? Komm, verdammt nochmal. Steig ein. Die Zeit läuft für dich. Hä, willst du verarschen? Du Penner. Bist du scheiße im Kopf? Ich glaube, es hakt. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Blöder Arsch. Da wollte der mir einfach die Karre klauen. Okay, wir müssen nach Norden. Norden, Norden, Norden. Immer schön gehen in Norden. Ja, Schnauze. Wir haben zu tun. Okay, Tunnel, 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 Tunnel. Wo war der Eingang nochmal? Ich glaube, das war weiter vorne. Können wir ja auch von diesem Transporter noch. Ah, und das Talion ist echt scheiße. Warum habe ich gerade das geklaut? So, da ist der Tunnel Eingang. Okay, wir müssen uns beeilen. Mann, dieser scheiß Auto. Holy shit. Was für ein Kack. Ja, nö, geh nicht weg. Du kannst weggehen. So, da müssen wir Gas geben. Okay, ähm. Ähm, ähm, ähm. Wir müssen schnell. Schnell sein. Okay, wir müssen hier nach links. So, und der Auto nicht explodieren. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, aus dem Weg. Ich habe Seili. So, und ich hoffe, die haben den Flughafen nicht überwacht. Ich hoffe, die sind nicht so schlau. So, jetzt müssen wir hier hin. Oh shit, das wird ganz schön knapp. Das wird ganz schön knapp. Verdammt. So, weg da, verdammt. Wir haben keine Zeit. Ja, toll. Ladebildschirm. Ladebildschirm, geh weg. Keine Zeit. Geht aus dem Weg hier. Mann, nicht die Spur wächst. Ein bisschen scheiße. Ah, das ist der Airport. Fuck, wird das knapp. Okay, wir sind, weil so scheiß Typen unsere Karre klauen wollten. Und weil so viele scheiß Typen im Weg stehen. Scheiß Passant nimmer. Okay, das wird ganz schön knapp. Shit. Nein, nicht stecken bleiben. Was ist das denn nimmer? Oh, die sind auch hier. Ernsthaft? Wow. Alles nur wegen diesem scheiß Typen, der unsere Karre geklaut hat. Oh, leck mich doch hin. Na, wenn ich bei laden lieber. Geht schneller. Wow. Das hat uns so viel Zeit gekostet. Die paar Sekunden, die wir noch gebraucht hätten. Alter, dieser scheiß Typ. Wow. Und das auch noch für eine so eine dämliche Karre. Als ob es sich das lohnt, aber gut. Ist halt typisch für diese Typen hier. Die damit rumfahren, die das geil finden. Sind halt Fortnite-Spieler. Nur die finden es geil. Halt, bleib hier. Ich brauche euch. Oh, ich brauche euch hier. So. Gut. Du, na shit. Okay, diesmal. Diesmal aber. Haben eine schnelle Karre. Und diesmal dürfen wir auch keine Zeit verlieren. So. Gar keine Zeit. Nochmal. Im faden Kreuz. Das ist dein Problem. So, falsche Seite. Noch einmal hier. Schnell. Steig ein. Was ist denn los mit dir? Steig doch ein. Oh, jetzt kommt dieser scheiß Typ schon wieder. Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Und du, steig ein. Meine Fresse. Was ist denn los mit dir? Steig ein, verdammte Scheiße. Und dusch dir. Halt's Maul. Oh, so eine Kacke hier. Weg da. Genau, weg da. Oh, jetzt aber Gas geben. Jetzt verdammt nochmal Gas geben. So, wir brauchen das da. Action Musik. Richtig Action. Weg da. Ein zu früh. Hier müssen wir hin. Ich muss Vorfahrt übernehmen. So, ich hab's eilig. Der Typ, der ist schwanger. Der muss ins Krankenhaus. Es eilt. Mach schon die Sitze voll. Und das ist nicht schön. Okay, wir müssen hier hin. So, ja, was ist denn da los? Die Tür. Okay, schnell. Und dann auch schnell Vollgas, weil die Typen noch hier sind. Okay, die bewachen es doch. Ja, verdammt. Was soll die Scheiße? Verdammter Mist. Okay, wir sollten vorher noch wechseln. Sicherheitshalber. Ah, der war gerade ein gutes Auto. Nicht, dass ich diese Typen esse noch schrotten. Das wäre nicht schön. Ah, da hat der Bildschirm. Okay. Soll ich das Taxi nehmen? Ähm. Taxi. Ja, doch, Taxi, komm ran. Ich brauch Taxi. Ja, weg da. Und du steigst gar nicht schnell. So. Kannst du in den Hinten ansteigen? Genau so. Okay, wir müssen nachher schnell Gas geben. Schnell weg hier. Ah, da warten sie schon. Die Penner. Okay, und jetzt hier haben sie normale Waffen. Alles klar. Das ist aber nett. Okay, wo ist das? Wo ist die Garage? Ja, ich bin gleich weg. Genau. Race Auto. Oh, cool. Ah, es wird schön. Okay, da bin ich mal gespannt, was er uns gibt. Und ich hoffe, es ist keine Falle. Wehe, wenn das auch nicht Fall ist, dann gehe ich aber hinterher. Da fliege ich hinterher und mache ihn platt. So, wir sind auf dem Limit. So. Wir müssen irgendwie hier hin, oder? Ist das richtig? Ist das richtig hier? Ah, wir müssen jetzt hier hin. Okay. Mal schauen, was er hat. Bin schon gespannt. Jetzt kann man warten. Komm, schneller. Fahr schneller. Ich bin ungeduldig. Ich will es wissen. Jetzt müssen wir hier hin. So. Äh, wo hat denn der seine Garage? Wo soll das sein? Ist das richtig hier? Bin ich hier richtig? Ähm. Das scheint richtig zu sein. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich. Okay. Komm, hier wieder raus. Na schön. Oh, wie weit denn noch? Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Da. Da. Feuer, 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 Feuer. Okay, Schnauze. Das ist ein blödes Lied. Nicht umballern. Nein, nein. Schnauze halten. Okay, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Okay, was hat der hier? Da. Bin ich gespannt. Okay, wir müssen da hin. Ist das hier richtig? Pass gut auf, meinen kugelsicheren Patriot. Auf. Rei. Wir sehen uns in. In was? Nein. Okay, nochmal wiederholen. Scheiße, bin ich so unerfüllt. Hat's verkackt. Okay, ich sollte lieber eins haben, bevor es hier despawnt. So. Na, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ach, Mist. Kann ich gleich beides lachseitig tun. Und habe ich jetzt das Geld da ein oder ist es schon despawnt? Okay, kugelsichere Weste. Also hier, Panzer. Alles klar. Cool. Das kommt in die Garage. Ja, nice. Oder warte mal kurz. Machen wir das hier mit Donald. Und dann ist es auch schon vorbei. Okay, dann, äh. Tja. Kommt bald das Finale, wie es aussieht. Fällt da nicht mehr viel. Du, 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 du. Weg da, verdammt. Was soll die Scheiße? So. Ich dachte schon, es ist ein Polizist. Aber es ist ein komischer Hut, Mann. So. Ah, der ist verschwunden. Warum auch immer. Wurde er entführt oder was ist da passiert? Und was hat das hier mit dieser Box auf sich? Was war da drin? War das nur eine Illusion? Ah, keine Ahnung. Das war eine sehr schwere Mission. Richtig kacke. Okay. Das war einfach richtig scheiße. Okay. Okay, muss sagen, dass es cool ist, dieses Fahrzeug. Aber das will ich hier ungern verwenden. Das kommt in unsere Sammlung. So. Nicht, dass es drauf geht. Das wäre schade. Ich muss mir vor der Sammlung denken an, Ryan. So. Richtig schön. Okay, mach auf. Mach auf. Na los. Mach gefälligst auf. Jetzt wird verarschen. Was ist los mit dir? Mach auf die Scheiße hier. Okay, du verpiss dich hier. So, du kannst da rausgehen. Und du kannst da reingehen. Komm schon, mach auf. Und so kann man auch drei Fahrzeuge reinpacken. Aber ich glaube, das wurde hier gefixt. Ah, es wurde gefixt. Okay. Ich glaube, bei der PS2 ging es noch so. Da konnte man die schön reinquetschen. Na, schade. Geht nicht mehr. Oder nicht in diesem Teil. Keine Ahnung. Hm. Na ja. So, das hätten wir. Das hätten wir geschafft. Okay, dann mal schauen. Ähm, Statistik. Okay, 13 Missionen noch. Okay, dann mache ich hier eine Aufnahmepause. Das wollte ich jetzt mal nachschauen. So, falls es jetzt hier nur noch vier oder fünf gegeben hätte, dann hätte ich die noch gemacht. Aber so. Ja, machen wir die in der Nessenaufnahme. Falls es gut läuft. Ah, bin ich gespannt. Okay, dann waren wir wieder sehr erfolgreich. Richtig schön. Tja, dann bis zum nächsten Mal. Wo vielleicht das Finale kommt. Mal schauen. Tja, bis dann. Und schau. Oho. Oho. FIRE TEIFEL FIRE 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 HE 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 FIRE FIRE Ja, hui! Rentschön! Fünf Sterne! Rentschön! 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 Rentschön!